Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite. Heute gibt es heute wieder neue Informationen zum Doomsday Event und auch noch zu ein paar weiteren Sachen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Informationen zum Doomsday Event und keine Videos mehr dazu verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem ihr werdet kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut gerne auf eurem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werde ich heute auch live streamen. Wenn ihr das natürlich nicht verpassen wollt, lasst wie gesagt gerne dort ein Follow da. Und dort werden wir heute etwas Großes planen und das dann auch auf Vorbereitung zum 1000 Abonnenten Special machen. Also würde mich freuen, wenn ihr dort einschaltet. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der ersten Sache. Und wie ich es ja heute schon im Shop-Video angesprochen hatte, gibt es heute die Trailer-Premiere von Tenet, einem Film vom Ersteller Christopher Nolan. Der ist auch der Ersteller, glaube ich, von der Dark Knight Rises Triologie, also von der Batman-Triologie. Und unter anderem auch Interstellar. Definitiv sehr, sehr nice Filme. Ich habe mir den Trailer auch schon angeschaut. Und da gibt es etwas ganz, ganz Besonderes noch am Schluss. Und zwar werden wir diesen Sommer einen Film erwarten, der in der vollen Länge abgespielt wird. Auf der Großbildleinwand im Part-Royal-Modus. Bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Das heißt, wir können dann wirklich einen ganzen Film von Christopher Nolan da schauen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die ganzen Aktionen im Part-Royal-Modus. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, wie ich finde. Dann ist das auch schon soweit zu dem Thema. Natürlich schaut euch gerne diesen Trailer auch selbst an. Sieht auf jeden Fall schon ziemlich nice aus. Findet einmal alle Stunde statt. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze noch ist. Aber heute habt ihr auf jeden Fall noch genug Chancen, um euch das Ganze anzuschauen. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ich würde sagen, wir kommen dann direkt zum zweiten Punkt. Und wie ihr es jetzt sicherlich wisst, ist seit Dienstag hier alles an den Doomsday Stages in der Battle Pass Lobby fertig. Hier ist das, also das erste Rohr war ja glaube ich das hier oben. Dann kam ja das zweite Rohr noch dazu. Und jetzt ja das dritte Rohr hier. Und dann auch noch hier an dieser Seite. Und das sind so halt die ganzen Stages, die auch schon seit Wochen geleakt wurden. Und eben halt durch die Verschiebung der Season ebenfalls etwas gestreckt wurden. Und zusätzlich dazu ist jetzt im Midas Raum auch noch etwas beim Doomsday Device passiert. Und zwar seht ihr schon, dass das Ganze wirklich extrem hier leuchtet. Da kommen so richtige elektromagnetische Wellen, die man dort sehen kann. Auch hier hinten flackert alles. Übrigens es kann auch sehr gut sein, dass das bei euch unterschiedlich aussieht. Weil es glaube ich auf jedem Gerät, also wenn ihr auf einer Switch spielt, auf einem Mobile Gerät, auf der Playstation spielt, kann es immer anders aussehen. Wenn ihr hier nur einmal ein paar Sachen in den Grafikeinstellungen verändert, kann es anders sein. Manchmal kann es glaube ich sogar auf den gleichen Grafikeinstellungen anders leuchtet. Manchmal auch wenn ihr neu reinjoint in dieses Menü sieht das anders aus. Jetzt sind zum Beispiel hier gar nicht mehr diese Wellen da. Also immer eine Überraschung, wenn man hier reinschaut, was dann am Ende tatsächlich dort passiert. Ich weiß nicht, ob das schon ein Bug ist oder ob das so gewollt sein soll. Ich denke mal, wir werden eventuell auch noch eine weitere Stage davon erwarten. Und am Samstag, also morgen, wird es eventuell schon ein Countdown beginnen. Dann wäre es nämlich so, dass in einer Woche, zumindest wird davon zur Zeit ausgegangen, dass in einer Woche ziemlich genau dann tatsächlich das Doomsday Live Event ist. Und das Ganze ist eben halt wegen der neuen Season, da die ja dann am 4. Juni beginnt. Und das Live Event wäre dann eben halt am 30. Mai, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wo das sein kann. Weil es eigentlich immer Samstag um 20 Uhr ist und das eigentlich immer kurz vor Start der neuen Season. Deshalb dort eigentlich die einzige Möglichkeit, was auch nochmal durch eine weitere Leak bestätigt wird. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich hoffe, die Szene ist jetzt richtig. Nein, ist ja natürlich nicht so. Nämlich die Szene hier. Und hier sehen wir auf jeden Fall ein Datum. Das hier ist der 30.05. und hier steht nochmal der 21.05. Was der 21.05. genau meint, weiß man allerdings nicht. Allerdings hier 30. Mai ist, glaube ich, dann eben halt der Zeitpunkt, wo dann letztendlich tatsächlich das Event startet. Und ich glaube, der 21.05. könnte der Tag gewesen sein, wo das Zoom-Stay-Gerät aktiviert wurde. Soweit ich das zumindest weiß. Deshalb wäre es relativ logisch tatsächlich, dass das Ganze so passiert. Und finde ich, klingt auch schon sehr, sehr schlüssig. Dann gibt es natürlich noch ein paar weitere Sachen. Und zwar müssen dafür einmal in eine ganz normale Runde, beziehungsweise in eine Runde Kampflopor reinspringen. Und dort kann ich euch auch nochmal ein paar Sachen zeigen. Denn zum einen ist mir eine Sache bei Steamy Stacks aufgefallen. Ich weiß noch nicht, wie lange das so ist. Aber es war ja am Anfang der Season so, dass, oder ich weiß, wie gesagt nicht, wie lange das so war. Aber dann waren ja immer solche Wolken, solche Linien und Wolken, die über Steamy Stacks da rausgekommen sind. Und jetzt sieht das Ganze relativ erloschen aus. Das ändert sich auch nicht, wenn man die Grafikeinstellung verändert. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie lange das genau ist. Aber es könnte natürlich darauf hindeuten, dass die Energie von Kevin, der ja da im Prinzip verbrannt wurde oder als Energiequelle benutzt wurde, dass davon im Prinzip die Energie jetzt weg ist und so im Prinzip das Kraftwerk stillsteht. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie lange das ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Außerdem sind jetzt seit dem Update über der Agency so kleine Wolken und eben halt nicht die Wolken, die normalerweise so oder so immer im Himmel sind. Das ist ja im Prinzip tatsächlich nur eine Himmeltextur. Aber hier sind jetzt auch noch solche kleinen Schleierwolken tatsächlich um die Agency rum. Sieht man jetzt etwas schwierig. Allerdings habe ich noch ein Bild davon, wie man das Ganze etwas besser sehen kann. Und zwar sind das insgesamt tatsächlich sieben Wolken. Die werde ich euch jetzt einmal ganz kurz hier zeigen, wenn es hoffentlich richtig aufgenommen wird. So. Jetzt solltet ihr es hoffentlich sehen können. Ja, genau. Das hier sind die Wolken. Einmal sehen wir hier eine Wolke, dort eine Wolke und dort eine Wolke. Man kann tatsächlich auch darüber fliegen, da durchfliegen. Das heißt, es sind wirklich Modelle, die über der Karte schweben. Alle sind eben halt rund um die Agency. Und da haben wir natürlich noch ein weiteres Bild. Und zwar nochmal die weiteren vier Wolken. Das Ganze sieht dann so hier aus. Also dort nochmal vier weitere Wolken. Wie gesagt, die sind alle tatsächlich modelliert im Spiel drin. Alle rund um die Agency. Und da ja das Thema der nächsten Season wahrscheinlich Wasser sein wird, gehen jetzt tatsächlich relativ viele davon aus, dass das eventuell Regenwolken sein werden. Weil das ja auch nicht so aussieht wie irgendwelche Rauchwolken oder so. Und dann können es ja eigentlich nur Regenwolken sein. Weil wozu sonst sollten hier irgendwelche Wolken drin sein? Und vielleicht ist dann ja das Doomsday-Gerät tatsächlich eine Regen. Und Doomsday heißt ja auch Weltuntergang. Vielleicht ist ja mit dem Weltuntergang ja dann gemeint, dass es im Prinzip eine riesige Überschwemmung gibt. Unheimliche Regengüsse. Könnte tatsächlich relativ gut so sein. Und finde ich, klingt auf jeden Fall schon ganz logisch. Und wie ihr es ja hier schon markiert seht, sind das genau sieben Wolken. Und was hat man noch mit dem Thema sieben in den letzten Seasons? Ganz genau, sieben Besucher nämlich. Das war ja das Ganze im Prinzip vom ersten Chapter, das ganze Thema. Und hier sehen wir auch nochmal, ich weiß nicht genau wo das ist, aber hier sehen wir auch eine sieben. Und hier sehen wir, dass drei von den Figuren hier sind. Das sind die drei Besucher, die bisher bekannt sind. Einmal der Besucher aus Season 4. Dann einmal der weibliche Besucher. Und dann der Wissenschaftler, glaube ich, der aus Season X. Die drei Besucher sind bisher bekannt. Und weitere vier Besucher sind ja tatsächlich noch nicht bekannt. Und irgendwann in mehreren Live-Events wird hier immer von den sieben gesprochen. Ich glaube auch, das Set vom Wissenschaftler heißt irgendwie die sieben. Oder irgendwie so. Und hier, ich weiß wie gesagt nicht ganz genau wo das ist, aber hier deutet das auch nochmal drauf hin. Zusätzlich haben wir jetzt seit dem Update auch ein paar weitere Tags in den Gamefiles drin. Und zwar sieht das Ganze so hier aus. Hier sehen wir Traveller, also mehrere Sachen mit Traveller. Hier Return P1, Return P2 und Return P3. Vielleicht sind das alle drei Besucher, die bisher bekannt sind. Und das kann echt ganz gut sein, dass die jetzt vielleicht wieder eine Rolle in diesem Live-Event spielen. Auf jeden Fall deutet da einiges drauf hin. Außerdem, und das war nämlich nicht das letzte, haben wir jetzt auch noch einen weiblichen Besucher eventuell in den Gamefiles bekommen. Der ist jetzt auch seit letztem Update drin, dieser Skin. Und dieses Gesicht sieht eben halt auch sehr, sehr ähnlich aus, wie die ganze Besucher. Auch in diesem klassischen schwarzen Look gehalten. Also auch wirklich komplett in diesem Theme gehalten. Und da deuten tatsächlich mittlerweile schon sehr, sehr viele Sachen drauf hin, dass das irgendwie so stimmen kann. Und schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Theorie haltet, dass eventuell die Besucher wieder zurückkommen. Ich würde sagen, ist aber auf jeden Fall ein richtig nices Event, was da auf uns wartet. Wird ja wirklich nicht mehr lange dauern. Die nächsten Wochen werden ja richtig, mit richtig viel Content gepackt sein. Und am nächsten Dienstag oder am nächsten Mittwoch wird dann ja auch noch das Update kommen, wo dann alle richtigen Event-Files drin sind. Bisher sind ja nur alle Vorbereitungsevent-Files geleakt und die nicht mal entschlüsselt. Aber eben halt die ganzen Event-Files, die tatsächlich für das Live-Event am Ende sind, die sind nicht mal verschlüsselt in den Game-Files. Deshalb wird da definitiv noch nächste Woche ein Update kommen. Und das war aber, wie gesagt, noch nicht das allerletzte. Und dafür müssen wir noch einmal zurück ins Game gehen. Und wir hatten ja, oder ich hatte ja im letzten Video schon erwähnt, dass über der Agency mitten drüber ein Countdown schweben wird, der das Ganze dann anteasert. Bisher ist ja immer noch nicht bekannt, wie gesagt, wann das Ganze beginnen wird. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass es eventuell sogar schon morgen am Samstag beginnt. Und zusätzlich dazu, damit wirklich keiner vergisst, wann das Live-Event ist, gibt es dazu natürlich auch noch ein paar Sachen. In der Lobby unter anderem gibt es dort einmal dieses Bild hier. Und hier sehen wir auf jeden Fall einmal ein, ja, in dieser Lobby zusätzlich nochmal ein Countdown, der da oben ist. Natürlich Tage und alles passt nicht. In 18 Tagen ist ja schon die neue Season. Deshalb kann das auf jeden Fall nicht stimmen. Aber so wird das Ganze dann aussehen. Hier haben wir ja auch im Prinzip dieses Ghost-Logo im Prinzip in der Agency drin. Deshalb passt es ja auch, dass dort dieser Countdown ist. Und es sieht auch schon so ein bisschen aus wie so ein Weltuntergangs-Countdown. Also auch so ein bisschen in diesem Doomsday-Theme drin. Und dann gibt es natürlich auch nochmal in Midas Raum eine weitere Anzeige, einen weiteren Countdown auf hier. Und hier sehen wir auch, dort sieht es auch nochmal anders aus. Das Doomsday-Gerät, wie gesagt, sieht überall anders aus. Also schaut auch mal gerne bei euch rein, wie es dann dort aussieht. Und wie gesagt, so würde es auf jeden Fall keiner verpassen, das Live-Event. Und jetzt kann auch keiner mehr dann fragen, wann ist endlich das Live-Event. Weil man es wirklich nicht übersehen kann, wenn es in der Lobby ist, wenn es in mir das Raum ist, wenn es auf der Map mitten drüber riesig schwebt. Also dann kann es wirklich eigentlich keinen mehr vergessen. Zusätzlich dazu gibt es allerdings noch ein paar weitere Sachen. Und zwar haben wir noch einmal ein weiteres Bild, das ich euch zeigen werde. Das Ganze ist unter der Agency tatsächlich. Also hier sehen wir, hier drüber ist das Gebäude der Agency. Hier sind die ganzen Gänge, wo man da durchgehen kann. Wo die ganzen Kisten dann sind. Dort hinten, ich glaube, das ist die Richtung Norden. Weißerlangen ist nicht ganz genau. Und hier sehen wir auf jeden Fall, dass so ein riesiges Loch da drunter tatsächlich ist. Und das deutet tatsächlich darauf hin, dass dort irgendetwas passieren muss. Weil ja nun mal es relativ unlogisch ist, dass mitten unter einem Gebäude einfach so ein riesiges Loch ist. Und das war vorher tatsächlich auch noch nicht da. Das muss jetzt glaube ich erst seit dem Update 12.6 auch drin sein. Zusätzlich ist ja darum herum auch nochmal ein Wasserring. Da er ja zusätzlich auch nochmal so eine Grube hat. Und das heißt, warum sollte man so einen Hügel dann im Prinzip über den Rand machen und dann in der Mitte nochmal ein Loch haben. Also könnte es tatsächlich sein, dass eventuell hier dann das Doomsair-Gerät hinkommt. Weiß ich allerdings nicht ganz genau. Wurde jetzt aber auch nochmal geleakt. Das alles klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da in den nächsten Tagen, Wochen auf uns zukommen wird. Und ich hoffe, ihr seid natürlich auch gespannt. Wie gesagt, wenn ihr keine weiteren Sachen mehr dazu verpassen wollt, könnt ihr gerne hier auf dem Kanal ein Abo da lassen. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Außerdem, wie gesagt, bin ich jetzt live auf Twitch. Link dazu, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute das 1000 Abonnenten-Special vorbereiten. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort einschaltet. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.